Worauf muss man beim Mietvertrag achten? Welche Spesen sind erlaubt? Sind Befristungen zulässig? Wir haben bei der Arbeiterkammer zum Thema Mietrecht nachgefragt. Das fängt an bei den Vertragsparteien, wer ist Mieter, wer ist Fehrmieter, bei der Definition des Mietgegenstandes, die Ausstattung beispielsweise der Wohnung. Natürlich ein zentraler Punkt ist die Laufzeit des Mietvertrages. Man unterscheidet zwischen befristeten und unbefristeten Mietverhältnissen. Das heißt, ob eben schon ein Mietende definiert ist im Mietvertrag oder ob das Mietverhältnis auf bestimmte Dauer abgeschlossen wird, das heißt unbefristet. Das ist ganz zentral bei einer Bewertung eines Mietvertrages. Dazu kommt natürlich auch ein wichtiger Punkt, die Mietzinsvereinbarung. Aus der ergibt sich ja, was man dann in Zukunft zu zahlen hat und wie sich der Mietzins zusammensetzt. Zulässig sind beispielsweise die Mietvertragsgebühr, wie sie an das Finanzamt abzuführen ist. Zulässig ist beispielsweise auch eine Kaution, die vereinbart wird. Die dient ja als Sicherstellung für den Vermieter, für Forderungen, die gegen den Mieter zukommen und die, soweit nicht darauf zurückgegriffen werden muss, bei Beendigung des Mietverhältnisses wieder zurückgezahlt werden müssen. Dann gibt es natürlich auch Mietzinsvorauszahlungen. Da ist es ganz wichtig, dass definiert ist, für welchen Zeitraum der Mietzinsvoraus gezahlt wird. Ablösezahlungen, da ist genau zu prüfen, ob das eine verbotene Ablöse darstellt oder eine zulässige. Also nach dem Mieträttsgesetz sind Zahlungen, an denen keine gleichwertige Gegenleistung gegenübersteht, verboten. Das Mieträttsgesetz regelt, welche Befristungen überhaupt zulässig sind. Nach dem Mieträttsgesetz sind Befristungen nur dann gültig abgeschlossen, wenn sie den Mindestzeitraum von drei Jahren einhalten, nach oben gibt es da keine Grenze, also ab drei Jahren, vier, fünf, sechs, zehn Jahre ist zulässig, kann auch beliebig oft verlängert werden, wiederum um diesen Mindestzeitraum. Und eine zweite Grundvoraussetzung ist, die Befristung muss schriftlich vereinbart werden, weil sonst ist sie nicht wichsam abgeschlossen. Sehr häufig sind natürlich Fragen zum Mietzins. Das heißt, ob eine Mietzinserhöhung gerechtfertigt ist oder nicht, oder ob die Betriebskostenabrechnung stimmt. Wenn es da Unklarheiten gibt, gibt es eine Fülle an schriftlichen Informationen, die wir etwa als Arbeiterkammer im Internet bereitstellen, aber auch Beratungsbroschüren. Und sollte einmal dann wirklich ein Rechtsstreit notwendig sein, ist es sinnvoll, sich an eine der Mieterorganisationen zu wenden. Weitere Informationen zum Thema finden Sie auf der Website der Arbeiterkammer und des ÖGB.